Nein! Das werden wir nicht zulassen. Ich kann nicht gut meckern, glaube ich, wenn jemand irgendjemand zuguckt. Oder so, keine Ahnung. Versucht nur nicht aufzuhalten, ihr dummes, dummes Gewürrn. Äh, ja doch. So, machen wir das einfach mal. Actors, 1, 2, 3. Das sind jetzt sowieso nur welche, die... Klaus. Äh, nur da. Nicht Löffel 1, sondern... Wie geil! Wie geil! Ich krieg's klar! Das ist nicht geil, das ist einfach nur dumm. Einfach nur derbe dumm. So, machen wir noch eine, noch Klassen. Äh, 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 magier auch magier, also. Wo ist er denn hier? Male, Male, Male 5, okay. Unfall-Royer-Type, das da, das da, Defense, äh, das da, das da, das da. So, Umgriff, Schwarz-Magie, da hab ich die Magie auch, die Magie auch noch nichts gegeben, nicht Idiot. Schwarz-Magie, verteidigen, Items, Flucht und Event. So, Schwarz-Magie, verteidigen, Items... Oh, Entschuldigung, ich muss schon nicht aufschlussen. Irgendem Event. So, was alles einheitlich ist. Und 24. So. Dann... Nehmen wir einfach die selben Werte für den Priester. Priester. Oh, dann würde ich noch, hier mit dem HP ein bisschen variieren, so. Äh... Priester. Haben wir nicht, ne, haben wir nicht, na gut, egal. Weiß-Magie. So, und der Tussle geben mir, würde ich auch sagen, Magier, werde ich auchs Ende. Alles Magier. Female. Da, Female. So. Auch noch ein bisschen andere HP. Bisschen andere MP. Ne, stopp. Genius-Type, so. Magier, Schwarz-Magie. Magier, Schwarz-Magie. So. Ja, aber sehr dumm wird immer auch geil. Ja. Ich glaube, das wird eher die meisten abschrecken, in das Spiel. So. Klaus. Klaus. Magier. Apply. Cross-Hits. Dann... 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 Leinen Probe. Eine Probe aus einfachen Leinen. So. Und da ist Scheiße wieder BB, hallo. Die Fans ist 2, würde ich sagen. Wer habe ich die Kausse genannt? Oder den Priester? Egino, ne? Glaube ich. Egino. Egino! Boah. Na, wie funktioniert bei dir jetzt? Und da ist es wieder weg. Okay. Also wieder ausgeflogen. Aus irgendeinem Grund. Ne, er ist gerade abwesend wieder. Er ist gerade abwesend. Wie langst du mich eigentlich schon? Wir sind jetzt von dort eine Stunde oder anderen Stunden schon oder so. Ich mache jetzt nur noch die eine Sequenz, glaube ich, fertig. Und dann mache ich es am Schluss. Ja, wie habe ich die Tussse jetzt genannt? Kayla. Kayla. Einfach Klaus kopieren. Ich werde einfach faul. Kayla. Ja. So. Okay. Enemies. Wie ist der Typ? äh nicht das Event verschieben auszusehen Sagi Samigina ich ergesse immer den Namen Samigina so haben wir irgendwo Demon oder sowas D D D D D Demon äh ne ich hätte gerne irgendwo Machen wir es einfach aber das ist einfach anders du m tu m undum Image Size ist invalid warum das? Was braucht es denn für eine Image-Size? Ich versteh es nicht, bei anderen Tischstümen habe ich nicht solche Probleme WB, Schwestra Hast du immer noch? Immer noch Lex Ach Leute, ich krieg ein zuviel Dich, 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 Dich Bis 200 x 240 Warum sind wir so viel was? Bis 200 x 240, ja, ok 200 x 240 So so gibt ein zu viel Was ist denn das jetzt? Hab ich das auch gespeichert? 2x240 habe ich gesagt, spreche unter bitte, speichern, warum habe ich es nicht gespeichert, was zum Fick ist aber, das ist mal ein 50 Farben, du Idiot, ne ist es nicht, weil ich es vergessen habe, spreche unter, ja, so, 8 Bits, jetzt aber, geht doch, äh, shit, hab heute noch nicht geantwortet. dynam-dum-dum-dum,n-dam,dum-dum,dum... die 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 ding verdammt du willst leute ich wechsle mal eben kurz den server vom von twitch nicht mal kurz eben checken ob es auf einem anderen server besser läuft also bis gleich